Seid ihr schon ein Pärchen? Seit zwei Tagen, Bruder. Seit zwei Tagen! Wie habt ihr euch kennengelernt? Karneval. Hast ihr Sonnenbrille angehabt? Und Kalian habt ihr Ding einfach beim Feiern mäßig kennengelernt und dann? Hatts bumm gemacht. Hatts bumm gemacht. Wo habt ihr erstes Date gehabt? Bei ihm. Bei mir ja. Da hatts bumm gemacht. Zwei Tage zusammen. Ann-Christin, du bist deutsch, du magst gerne Sachen, die Definitionen haben, Richtlinien, Strukturen. Habt ihr so ein Gespräch geführt? Oder habt ihr einfach so entschieden, okay, heute ist der Tag? Er hat dich auf der Couch gefragt. Er hat dich auf der Couch... Du hast ihn gefragt? Ja, im Ausfuhl, offiziell muss man doch fragen. So kenn ich das. Warst du auf Couch und ihr dacht so, komm mal ganz kurz eine Sache. Was machen wir jetzt? Bleib mal da, geh mal heim! Merk-Pir ним!! Anyway. L�니다. L recycle- Ha, ha, ha.